Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Mittwoch, ich hatte gestern schon gefilmt, den Blog habt ihr am Mittwoch, also heute gesehen, der kommt gleich online. Es ist jetzt 20 vor 10, um 10 Uhr kommen meine Blogs meistens online, wenn ich es schaffe. Und wir sind gerade eigentlich erst runtergekommen. Finn hat heute keine Schule, deswegen konnten wir ein bisschen länger ausschlafen. Dann habe ich ihn auch gestern so eingeflößt, wir können morgen ganz lange schlafen, aber ich will nicht auch schlafen, das ist langweilig. Ich so, doch, können wir ganz lange kuscheln. Das hat so echt geklappt. Also um 7 Uhr wurden beide wach und dann dachte ich schon so, oh nein, die Nacht ist vorbei. 7 Uhr ist ja auch noch ganz gut, ne? Aber dann sind wir wirklich beide nochmal kuschelt, auf mir, neben mir, klebend an mir, eingeschlafen, bis um viertel nach acht sowas, also richtig gut, viertel nach acht, halb neun. Dann ist Finn runtergegangen zum Papa und ich bin mit Ella ins Badezimmer gegangen, habe mich ganz in Ruhe fertig machen können und Ella auch. Ella hat so ein süßes Outfit heute Abend, ich muss euch das gleich zeigen. Sie findet es selber mega. Und jetzt wollen wir gleich frühstücken und wir haben ja noch so ein altes Baguette und das ist echt nicht mehr schön und lecker. Und da wollte ich jetzt Arme Ritterpfanne machen. Es heißt hier verlorenes Brot. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in verschiedenen Regos in Deutschland heißt es auch noch anders. Auf alle Fälle, ja, wo man das erst einweicht und ein bisschen Milch und dann ein Ei und dann brät man es in der Pfanne an. Das ist mega lecker. Dann steht heute auf dem Plan, also Finn kann später bei der Oma spielen, dann laufen wir da alle hin. Ella möchte bestimmt auch noch ein bisschen da spielen. Dann laufe ich aber wieder mit Ella zurück, dass sie ihren Mittagsschlaf dann hier machen kann. Und dann gibt es fliegenden Wechsel. Dann fahre ich mit Ella nochmal zur Oma. Dann kann Ella bei der Oma bleiben, weil der Finn dann zur Logopädie muss. Und dann kann er da ein bisschen spielen. Nach dem Frühstück, ne? Genau. Und dann fahren wir zurück von der Logopädie und dann sind wir noch alle bei der Oma ein bisschen. Aber dann fahren wir nach Hause und starten dann so das Abendprogramm. Also mal gucken. Ja, zwischendurch. Ich muss zwei Waschmaschinen auf alle Fälle machen. Ich muss die Spülmaschine. Küche ist zum Glück schon ein bisschen. Jetzt zeige ich euch das Chaos da, aber da ist frei und sauber. Und hier auch. Ist das nicht schön? Ah, ja, ich habe es gestern Abend noch gemacht. Ja, so sieht die Zahl jetzt nicht unbedingt so sauber aus, ne? Aber es ist hier der Biomüll, der muss noch raus. Hier könnte man auch ein bisschen so... Naja, und die Flaschen muss ich auch noch abwaschen. Also ja, es ist immer irgendwie was zu tun. Ja. Genau. Jetzt mache ich aber erst mal das verlorene Brot, beziehungsweise die armen Ritter. Und dann frühstücken wir gleich. Genau. Viel Spaß bei der Bibelklappe. Das Brot ist gar nicht so trocken. Also wenn es wirklich richtig trocken wäre, würde ich euch raten, es erst in Milch einzudippen und dann ins Ei. Das ist bei uns nicht wirklich der Fall, sondern einfach nur hoch. Einfach nur lasch. Dann mache ich das gleich zusammen in so ein Milchei-Misch rein. Mal gucken. Das sind echt kleine Eier jetzt. Ich glaube, ich werde drei Eier nehmen, weil das echt Mini-Eier jetzt sind dieses Mal. So, es ist fertig. Und die werden immer so schön fluffig dann. Also das ist dann echt super, super lecker und fluffig. Und ach, das werden wir uns jetzt schmecken lassen. So, Ella, ist lecker? Ja? Hm. Fynn nimmt sich da ein Zweiten. So, wir sind unterwegs. Ach, endlich mal. Waschmaschine ist an, die Spülmaschine ist an. Ich weiß, dass ihr das gerne habt, wenn ich euch dabei mitnehme, aber die Kinder haben so mitgeholfen die ganze Zeit, dass das zu wuselig war, erst mal. Und dann hätte ich sie auch überhaupt nicht, also hätte ich auch gar nicht richtig filmen können. Warum muss man rauchen? Na, man muss gar nicht rauchen. Aber manche Menschen mögen das gerne, aber es ist ganz ungesund, ne? Da wird man krank von. Und trotzdem mögen manche Menschen das gerne und dann kaufen die das hier. Ja. Sie sehen keine kleinen Kinder? Ne, keine kleinen Kinder. Das ist ganz gefährlich. Warum ist das nicht so? Da wird man ganz krank von auch, mein Schatz. Manche Menschen entscheiden sich da doch für. Warum ist warum? Was ist warum? Warum ist da ein Haken? Tja, gute Frage. Haben die irgendwas aufgehängt? Ach, das ist für die Weihnachtsbeleuchtung. Wenn die hier die Weihnachtsbeleuchtung oben haben an der Straße, dann haben die da den Haken von. Genau. Kommst du weiter? Na los. Ja, also weil ich sie dann sowieso aber zensieren hätte müssen oder weil die halt immer im Weg sind, kann ich euch manchmal, wenn beide Kinder dabei sind, ja. Okay. Na du, ich. Komm schnell. Hopp. Kann ich euch manchmal halt bei solchen Sachen einfach nicht mitnehmen, weil das, ja, nicht geht. So, wir sind zurück. Genau, der Finn ist bei der Oma. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen was gespielt. Ella möchte jetzt gleich Mittag essen und ich wollte euch immer noch das Outfit zeigen. Ich finde das so süß. Das ist ja von Tirely, von dem Handmade Shop. Der Pullover finde ich immer noch super süß. Und die Hose, die hatte ich mal aus dem Sale vor zwei Jahren oder so. Ich glaube, noch vor der Geburt hatte ich die mal bestellt. Von H&M ist die einfach. Aber als Ella die Hose gesehen hat, ich habe sie ihr nicht gezeigt, sondern sie lag da einfach nur und dann meint sie da so, wow! Und hat dann so auf die Blumen gezeigt. Oh, wow! Wow! Und immer auf andere Blumen. Es war so süß. Also ich fand sie echt total toll. Jetzt haben wir das Letzchen anziehen und dann essen wir was. Dann bringe ich sie ins Bett und dann zeige ich euch, was ich noch Neues bekommen habe. Und es sind noch endlich die Päckchen meiner Mama angekommen. So, meine Lieben, Ella schläft jetzt auch schon 20 nach 2. Ne, 20 nach 1. Das geht also noch. Genau, und ich wollte euch jetzt was vorstellen. Und zwar habe ich wieder schöne neue Produkte und Nachbestellprodukte, kann man es so nennen, ja, von der Firma Plants are Purple bekommen. Und das wollte ich jetzt zusammen mit euch auspacken. Beziehungsweise ich habe schon einmal reingespickert, weil ich, ja, neugierig war und wollte es euch aber nochmal zeigen, wie es auch ankommt. Und wenn ihr heute auf meinem Instagram-Kanal vorbeiguckt, seht ihr da auch eine Story, wie ich die Produkte finde. Also heute ist ja erst Mittwoch, deswegen werde ich die ab jetzt jeden Tag gründlich nochmal testen und ausprobieren. Einige kenne ich natürlich auch schon, kann deswegen dazu auch mein richtig gut ausgetestetes Feedback erzählen. Genau, also schaut unbedingt auf meinem Instagram-Kanal vorbei, das wollte ich ja mit sagen. Und dann kommt das immer ganz einfach verpackt, aber total schön, wie ich finde, mit so einer schönen Karte und mit so, ja, Verpackungsmaterial. Aber das ist halt alles, das könnt ihr in die Komposttonne schmeißen. Oder, was ich ja auch immer damit mache, ist mit meinen Kindern damit basteln. Finn hatte der ja mal so, weil wenn man das anfeuchtet, das ist so wie dieser Play-Mais, das klebt und dann könnt ihr das wunderbar damit mit euren Kindern spielen. Genau, und dann ist das halt die Produkte. Die sind hier so schön verpackt. Und das ist ein ganz, ganz neues Produkt von denen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hatte ja bisher diesen Deo-Stick von denen, den ich auch mega fand. Aber jetzt haben die solche Deo-Cremes oder halt, ja, in so einem Glas. Also generell, die Marke Plants are Purple steht für einfache, effektive und natürliche Hautpflege. Ist alles 100% vegan und tierversuchsfrei. Finde ich auch mega. Alle Verpackungen von denen sind recycelbar, sind aus Glas oder kompostierbar, Aluminium. Also es ist alles super nachhaltig. Qualität ist echt mega gut zu einem echt fairen, günstigen Preis. Genau, und jetzt habe ich halt hier diese neue Deo-Cremes. Also da haben wir verschiedene Geruchsrichtungen. Einmal neutral, einmal, was habe ich mir ausgesucht, weil ich, ach, das riecht schon so mega gut und ich mag solche Gerüche, solche frischen Gerüche total gern. Das ist jetzt nämlich hier Orange und Grapefruit. Es gibt es aber auch mit Lavendel und Rose. Mit Zitronengras und Minze gibt es das auch. Oder wer etwas süßer mag, ist mit Kokosvanille. Aber ich finde, ach, das riecht so gut. Und dann nimmt man halt einfach immer eine kleine Portion raus und ja, verreibt das dann einfach so unter den Achseln. Das schmilzt dann halt super schön. Da ist Natron drin zur Geruchsbildung. Also zur Geruchsbildung, nee, das hemmt den Speisgeruch so rum, genau. Mh, das riecht mega gut. Und die haben auch Shea-Butter mit drin. Das pflegt natürlich und hält die Haut geschmeidig. Gerade nach der Resur ist das ja manchmal so ein Problem. Ist auch kein Alkohol da drin, wo ich auch ganz viele Probleme habe. Ist natürlich auch keiner mit Aluminium drin. Und dann ist da noch Kokosöl und Jojobaöl drin. Also wirklich super simple Inhaltsstoffe, aber echt alle mega gute Qualität und ja, richtig schönes Naturprodukt. Und auf das war ich auch super, super, super mega gespannt. Und zwar ist das der Aloe Jelly Cleanser. Und mit dem habe ich schon lange gespielt. Das ist ein Reinigungsprodukt. Auch für eigentlich alle Hauttypen geeignet. Und der hat unter anderem Aloe Vera drin, was natürlich auch pflegt und Feuchtigkeit spendet. Glycerin, was auch wieder sehr feuchtigkeitsspendend ist. Das ist nämlich immer so ein Problem bei mir, wenn ich irgendwelche Abschminkprodukte habe, dass sich das immer entweder viel zu ölig anfühlt, wenn man wirklich so ölige Produkte hat. Oder es ist so, ach, das ist ausgetrocknet. Das mag ich gar nicht. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Und da ist außerdem auch noch Birkenblatt-Extrakt drin, was auch beruhigen soll, pflegen soll und auch die Haut so ein bisschen heilen soll. Also das werde ich auf alle Fälle heute Abend gleich ausprobieren. Und werde es euch auch am Samstag oder heute, wenn ihr es seht, genau auf Instagram berichten, wie ich das finde. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und dann habe ich zwei Nachbestellprodukte, die ich schon mal hatte und ich liebe die wirklich. Also total toll für die Dusche. Dann nehme ich einmal das feste Bio-Duschgel und jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal auch hatte, in der Geruchsrichtung Lemon. Fand das letzte Mal so toll, weil ich habe viele verschiedene feste Duschgels probiert und ganz, ganz häufig ist das bei mir halt so, dass die trotzdem noch so, also es ist keine Seife. Das ist halt auch was Tolles dran, weil bei Seifen, dann quietscht es so auf der Haut und es ist trotzdem, auch wenn es Feuchtigkeitsspenden sein soll, fühlen sich immer bei mir irgendwie auszutrocknen an und bei dem war das überhaupt gar nicht so der Fall. Ach, ich liebe diesen frischen Duft nach Zitrone, aber so ganz, ganz hauchfein nur. Richtig toll und ich habe das geliebt. Also wirklich, das fühlt sich so schön auf der Haut an. Da ist unter anderem auch Sheabutter, Jojobaöl, Kakaobutter drin und mit jedem Produkt, das ihr kauft, wird übrigens auch ein Baum gepflanzt und dann dieses Shampoo, das hatte ich ja auch schon einmal und da war ich auch großer Fan von, deswegen habe ich es mir noch einmal nachbestellt und zwar ist das das Rose and Marigold feste Shampoo. Das schäumt mega schön, hat bei mir auch wirklich, also sonst früher habe ich immer eine Spülung nehmen müssen und seitdem ich feste Shampoos benutze, benutze ich keine Spülung mehr und meine Haare sind trotzdem super gut kämmbar, geschmeidig, glänzend, weich und auch für die Kopfhaut, weil ich manchmal so, wenn bei anderen Shampoos das trocknet so aus, dann kriege ich so Schuppen, bei dem war das auch nicht der Fall, es spendet nämlich auch noch Feuchtigkeit für die Kopfhaut, also kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Also ich bin wirklich total überzeugt von allen Produkten, die ich bisher getestet habe, von der Marke Planser Purple, habe oben im Badezimmer noch sehr viel mehr, stelle ich euch auf Instagram, glaube ich, auch mal mit vor. Bin jetzt auch vor allen Dingen auf das Deo gespannt, wie das so ist und vor allen Dingen auch heute Abend gleich werde ich diesen Jelly Cleanser verwenden, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Genau, also und ach so, mit meinem Code nicht zu vergessen, natürlich, ich weiß gar nicht, wie lange der Geld gültig ist, aber ich glaube, für einen Monat werden sie es wieder freischalten, aber vielleicht auch noch für zwei Wochen. Ich schreibe es in die Infobox unten rein, schaut da vorbei, also mit meinem Code Hello20 könnt ihr jetzt auf 20% auf das ganze Sortiment von der Firma Planser Purple sparen und vergesst nicht, auf Instagram vorbeizuschauen heute. Da heiße ich auch so, wie hier auf YouTube HelloKatty, deswegen schaut da unbedingt vorbei und abonniert mich dort. Genau, so, jetzt werde ich mir erst mal einen Kaffee machen, auch was essen und dann werde ich die Päckchen meiner Mama auspacken und euch auch vorstellen. Genau, machen wir also ein kleines Unboxing heute. So, hier sind die zwei großen Pakete, also nochmal vielen Dank dafür, für das ganze Verschicken meiner Päckchen immer an mich. Ich will sich überlegen, was ich erst auspacken werde. Fangen wir mit dem großen an. Ich sehe was. Was ist das? Ah ja, genau. Jetzt piept die Maschine, warte mal. Und zwar habe ich über die letzten Wochen, sorry, über die letzten Wochen verschiedene Sachen hier und da bestellt, gekauft, da war hier mal ein Sale. Ich hatte auch noch Sachen von der einen Webseite für mich bestellt, da habe ich auf einer Facebookseite gesehen, dass eine ganz günstige andere Kinderkleidung verkauft und dann dachte ich mir so, weißt du was, ich bestelle es jetzt einfach mal und schicke es zu meinen Eltern, dann können die es sammeln, dann können die es schicken. Das strickt mir nämlich, ach, mega gut, das habe ich nämlich gar nicht gefragt, aber unsere Milch ist schon fast wieder komplett alle. Ich dachte schon so, vor das Wochenende muss ich vielleicht noch mal zur Apotheke laufen. Eine Packung hier von ihrer Milch, von Erdas Milch, mega gut, danke schön Mama. Und dann kam in einem Päckchen nämlich Sachen für die Kinder von der Firma Io Bio an. Und zwar ein super süßes Kleid für Ella, ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt Größe 86,92, genau, das wird dir jetzt auf alle Fälle passen. Und da kam, glaube ich, genau, da war die Leggings da mit dazu. Das ist so ein Set dann zum Anziehen wie auch süß, also da würde ich irgendwie ein weißes T-Shirt oder sowas drunter ziehen, lang am Shirt. Und für Finn habe ich nämlich neue Unter-, oder noch mehr Unterwäsche bestellt und zwar auch von der Firma Io Bio, Oh, die sieht aber noch sehr groß aus. Da muss er noch reinwachsen. Das sieht irgendwie, na, vielleicht wieder nach der Wäsche, nach dem Trocknen. 110 oder 16, das ist nämlich eigentlich seine Größe. Und da habe ich einmal so ein Set so bestellt. Da braucht noch ein paar Unterhemden. Die Hose habe ich dazu, aber da kann er noch reinwachsen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das stimmt. Genau, da habe ich nämlich andere Sachen, echt Secondhand-Sachen, wo ich nur den, oder ich habe ein paar Secondhand-Sachen gekauft und ein paar Secondhand-Sachen, wo ich nur den Versand bezahlen musste. Genau, das hatte ich jetzt. Das war jetzt ein schönes Set aus Bio-Barmwolle auch von H&M. Ich weiß gar nicht, wie viel ich das noch bezahlt habe. 4 Euro oder so für das Set. Finde ich voll schön, die Farbe. So dunkel, Weinrot, mag ich an Ella sehr gerne. Und dann war das noch dabei. Genau, das war von Puss Blum. Ist das ein Kleidchen? Ach nee, doch, genau, das war so ein Tunika-Ding. Erst als Kleidchen, dann als Tunika, Größe 98. Sieht noch ein bisschen groß aus, obwohl als Kleid würde es hier jetzt schon passen. Fand ich auch voll süß. Also von DM mit diesem Rotkäppchen da drauf. Fand ich auch voll süß. Genau, und dann braucht er nämlich auch unbedingt neue Schlafanzüge. Und das sind auch wirklich neue. Das war aber auch aus einem Sale von jemandem. Und ach, sind die schön, richtig schöne Schlafanzüge. Jetzt wird die auch von EO Bio Größe 98, 92, 86, 92, so rum. Aber die EO Bio fällt meiner Meinung nach auch ein bisschen größer aus. Also einmal richtig schöner Niki-Stoff als Biostoffe. Also sind es die gleichen Schlafanzüge, aber einmal in hellblau und einmal in halb Rose. Ach, das fühlt sich so kuschelig an. Ich will auch so einen Schlafanzug haben. Genau, die werden auch gleich gewaschen dann. Man kann sie die nämlich schon anziehen. So schön. Und dann hatte sie noch ganz viele Schnuller. Und zwar hat sie ja diese Dentista-Schnuller. Eventuell, dass sie im anderen Päckchen auch drin sind. Ich meinte einfach, pack von allem irgendwie was rein. Und diese Schnuller benutzt Ella, wenn sie schläft. Und die haben halt so eine Besonderheit, dass die halt so mit den Zähnen mitgehen. Also bei Schnullern ist es sowieso wichtig, dass dieser Teil so dünn wie möglich ist für die Zähne halt später, weil das halt echt nicht, dann verformt sich die Zähne. Beim Daumennuckeln auch, aber beim Schnuller, den kann man halt, den haben die Kinder meistens länger drin als den Daumen, so von der Dauer her. Finde ich gut, dass sie da jetzt diese, weil am Anfang hatten wir den Kirschwurm-Schnuller und dann mit den ersten Zähnchen habe ich ja gewechselt erstmal auf die Mam und dann auf Silikon und dann auf diese hier. Und dann habe ich ja nochmal von der Firma People Wear Organics was nachbestellt für mich und für Finn ein Shirt, weil ich das auch voll schön fand von den Farben her. Einen Rock für mich. Da bin ich gespannt. Da war ich das Letzte, war nämlich schon mal überlegen, ob ich den kaufen soll. Dachte so, na, probiere jetzt erstmal die T-Shirts aus. Und dann haben mir die T-Shirts so toll gefallen, dass ich dachte so, jetzt bestellst du noch ein T-Shirt, noch ein Kleid und ein Rock. Und zwar ist das so ein, ich glaube der ging so kurz übers Knie oder bis kurz übers Knie. Ein ganz einfacher Baumwollrock, aber fand ich voll schön. Der schwingt so, schmeichelt meiner Figur so immer am meisten, finde ich. Der wird mir gefallen, das weiß ich jetzt schon. Dann hatte ich ja nochmal so ein T-Shirt, da war das jetzt das. Genau, das habe ich in der gestreiften Größe schon mal. Jetzt habe ich wieder das nochmal einfach so als Basic auch. Dann das Kleid. Da war nämlich auch so, die haben verschiedene Kleider gehabt, aber das fand ich jetzt so mit am alltagstauglichsten und ich dachte mir, ich hätte, ich hatte zwei in meiner Liste drin und dachte ich so, bestellst du mir erstmal eins nur. Also super einfach und simpel. Ich hoffe, das ist mir lang genug und dann kann man das halt hier in der Taille so ein bisschen binden und ja, so ganz super simpel und einfach, aber ich hoffe, das passt mir gut und ist auch lang genug, weil ich finde so bei den meisten Kleidern, also momentan mag ich es am liebsten, wenn die echt so bis zum Knie oder ganz kurz übers Knie gehen. Das finde ich, schweichelt mein Bein und so mit am meisten. Und dann für Finn, das wird aber auch noch was zum Reinwachsen sein, glaube ich, in Größe 116 habe ich es nämlich bestellt, obwohl, nö, das könnte er jetzt auch schon tragen. Genau, fand ich voll schön von den Farben her auch, so gestreift, aber so richtig schöne, so richtig schöne gestreifte Farben, also richtig schön gestreift. Genau, ja, ich bin so. Und dann habe ich nämlich für Ella noch ein zweites Paar Wildlinge gebraucht, jetzt erstanden. Und das sind die Stare, glaube ich, genau. Warte, ich zeige es euch gleich. Und zwar hat sie ja nur ein Paar jetzt und sie trägt jetzt ja die Wölfchen, die Finn damals auch schon hatte, aber dann ist sie da manchmal im Garten mit und einmal waren die da so am Matschen mit dem Spielen und sie hat nur ein Paar Schuhe, deswegen dachte ich, ich muss unbedingt ein zweites Paar Schuhe haben, weil die dann komplett durchweicht waren und das trockenen halt nicht so innerhalb eines Tages so schnell durch, weil es halt so Wollschuhe sind. Deswegen habe ich mir jetzt die noch für sie bestellt. Voll süß und die, also sie sind gebraucht, aber voll okay. Total okay. Ich muss sie in vollem Reimer mehr abbürsten. Ein bisschen Schmutz ist drauf, aber ansonsten, dadurch, dass es Barfußschuhe ist und gerade so bei den kleinen, wenn da jetzt nichts irgendwie kaputt oder wirklich komplett abgelaufen ist, dann kann man bei Barfußschuhen oder so sehr gut auf gebrauchte Schuhe zurückgreifen und die später sogar noch selber weiterverkaufen, wenn die noch in einem guten Zustand sind. Ja, gerade bei Wildlingsschuhen werden manchmal sehr gehypt. Aber wenn ich voll froh drüber bin, das sind die auch Größe 22. Steht das da noch drin? Ne, aber sie meinte, das wäre Größe 22. Also da freue ich mich. Genau, werden gleich ein bisschen abgeputzt nochmal und dann kann Elodie auch schon gleich anziehen. Jetzt geht's an das zweite Päckchen. Da sind noch die anderen Schnuller mit drin. Ah, meine Mama hat noch mehr eingepackt. Total schön. Und zwar habe ich, bevor ich wusste, dass Elodie eine Wollallergie hat, hat, habe ich dieses Teilchen hier bestellt, weil ich wollte schon lange einen Pullunder für sie haben. Einfach zum drüberziehen, zum warmhalten. Weil sie hat oft so, wo ich dann so denke, ach, ist es warm genug oder nicht, aber dann nochmal einen Pullover drüberziehen, finde ich dann meistens zu viel. und deswegen wollte ich unbedingt einen Pullunder haben aus Wolle, Wollwalk, weil es ja superschön warm hält. Deshalb bin ich dahinter gekommen, dass Ella eine Wollallergie hat. Allerdings zieht sie das ja nur drüber an. Deswegen hoffe ich, dass der Halsausschnitt weit genug ist, dass sie das nicht so fühlt. Aber ansonsten fand ich sie mich total süß, total schön, selbst gemacht von einer anderen Mama. Ansonsten, weil es echt noch aussieht wie neu, kann man sowas auch ganz gut einfach weiterverkaufen. Und dann noch mehr Schnuller, wie gesagt, zehn Stück insgesamt. Dann haben wir noch schöne Veggies hier, super gut. Vier Stück. Ach, mit Kokosnuss, super. Liebt Ella ja, Apfel, Banane, Kokosnuss, die sind super gut. Dankeschön. Und dann haben wir die Kleidung genau für die, die ich nur das Porto bezahlen musste, weil da wohl auch Flecken drauf waren oder sowas. Da hatte ich nämlich hier nochmal einen Schlafanzug mit dazu genommen. Ich kenne die Marke gar nicht. Impidimpi. Ja, aber der war voll okay, ist halt nur ein kleines bisschen verwaschen, aber bei Schlafanzügen, ne. Ich finde, wird Neideschein mit den zwei Dinos drauf. Für Ella. Einfach nur, weil wir T-Shirts zu kurz hatten, dachte ich mir, so ein paar T-Shirts, dass ich, ach, da hinten ist ein Fleck drauf. Ach so, hier ist so ein bisschen, das sieht man aber gar nicht so, so ein Mahlfleck vorne drauf, aber auch voll süß. Also sie braucht einfach noch mehr Kurzarm-T-Shirts jetzt zum drunterziehen auch so. Fand ich auch voll süß. Ganz schöne Prints und ich glaube, dass die ihr auch wirklich noch bis in den Sommer hin passen werden. Ein Kleidchen. Und da ist halt eigentlich nichts dran, nur, dass das so ein bisschen verwaschen ist. Winter müsste man das einmal, was ich ganz gerne mache, dann ist einmal mit Kochwäsche mitwaschen und dann kriegt man solche Flecken nämlich auch meistens wieder raus. Kurz behandeln und dann wirklich mit der Kochwäsche, auch wenn er draufsteht, soll man nicht. Das ist ja schmuddelig. Naja, mal gucken. Ach so, genau, das war hier noch ein Schlafanzug. Und noch ein Kleidchen. Genau, das fand ich auch voll süß. Ja. So, jetzt habe ich hier jede Menge zum Wegräumen. So, ich schaue euch hier. jede Menge zum Wegräumen. Ein kleiner Haul. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich glaube, es war schon wieder viel länger als irgendwie geplant. Deswegen beende ich diesen Vlog an dieser Stelle. Es war ja mehr so ein Haul, ja, Unboxing-Vlog. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde euch ein wunderschönes Wochenende noch weiter. Schaut unbedingt in die Infobox vorbei, auch bei Instagram unbedingt heute. Und dann sehen wir uns ja, beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. rabbit brother of dich kann man nicht glücklich sagen. Ich allein zu und mit bei Buddhism